Lofti Herzlich Willkommen im Lofti Perückenstudio in Solingen. Wir haben ein umfangreiches Angebot und bis zu 1000 Perücken zur Auswahl. Wir hoffen sie in unserer freundlichen Atmosphäre wunschgerecht bedienen zu können. Wir haben ein umfangreiches Angebot von Perücken im klassischen oder im modernen Stil. Unsere Perücken wirken sehr natürlich durch die Vielfalt an Haarfarben und sind durch das geringe Gewicht angenehm zu tragen. Lofti ist es wichtig, Ihnen in unserem Fachgeschäft diskrete Frisierplätze anzubieten, in denen Sie sich ungestört zurückziehen können. Lofti Lofti Hier bietet unseren Kunden als Alternative zur Perücke ein modisches Angebot von Torbahnen, Tüchern und Accessoires für viele Gelegenheiten. Für ein dauerhaftes, angenehmes Tragegefühl sollten Sie sich unseren neuen Shampoos, Balsams und Pflegeprodukte mitgeben lassen. Die Pflegeprodukte sind extra auf die hochwertige Kunstfaser der Lofti Perücken abgestimmt und garantieren Ihnen damit lange Freude am Produkt. Kommen Sie einfach mit dem Rezept Ihres Arztes bei Lofti vorbei und wir übernehmen auch gerne die kostenfreie Abwicklung mit Ihrer Krankenkasse. Für Kundinnen, die einen Haarersatz benötigen, sind die Lofti-Fachgeschäfte bei den Krankenkassen anerkannt. Das Lofti Team Solingen freut sich schon bald, Sie in unserem Fachgeschäft begrüßen zu dürfen. Das Lofti Team Solingen freut sich schon bald, Sie in unserem Fachgeschäft begrüßen.